Hallo liebe Mutzis, ganz eine kurze Durchsage bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktueller Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns, die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert und mein letzter Solo, Stand auf, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auch auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch Und jetzt viel Spass mit der Folge! Läuft! So, dann sind wir wieder mal zurück. Vor allem der Solti ist zurück, aus Thailand. Wie hast du gesehen? Schön warm! Ja, das nehme ich an, im Gegensatz zu da. Momentan frieren wir uns den Arsch ab. Wo sind wir überall gesehen? Bangkok, Kusamui. Bangkok, Kusamui. Und dann noch auf die kleinere Inseln? Das mal nicht, jetzt sind wir zu voll gesehen. Wirklich? Nicht einmal so Angtong, so Picknick in die Lagune. Ich bin dann auf Kotau. Dort kann man gut tauchen, haben wir auch schon gemacht. Richtig. Wir sind ja schon 22 Mal gewesen, also wir müssen nicht immer das ganze volle Programm machen. 22 Mal? Oh mein Gott, ich bin mega stolz, dass ich einmal gesehen bin und das erzähle so. Ja, okay. In diesem Fall ist es ein entspanntes Programm. Ja, jawohl. Sehr schön. Bist du auch in der Ferie gesehen? Nein, ich bin noch nie in Thailand gesehen sogar. Noch nie, eh? Noch nie. Welche Kontinente hast du schon hinter dir? Europa. Nordamerika. Südamerika. Oh, wo bist du gesehen? In Südamerika? Äh, in Rio. Oh, okay. Aber, also, nicht lang. Du hast noch ein bisschen zu dir genommen? Yes. Nicht lang. Was heisst nicht lang? Zwei Stunden Aufenthalter. Ah, 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 ah. Ja, das zählt mir dazu. Ja, das ist ja. Ich habe den Stempel. Dann bin ich auch schon mal in Island gesehen. Oh, das, das ist zum Beispiel. Ich bin jetzt, wenn wir so über Wärme geredet haben, ich bin nicht der Wärme-Typ. Das sage ich. Nein. Oh, du kannst mich jagen. Das ist meine Zeit jetzt. Die dunklen Monate, kalt, das ist, das habe ich gerne. Ja, du hast sogar wieder mal einen Anzug an. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen bei dir. Ja, stimmt, stimmt. Das gefällt mir sehr. Merci. Ich habe mir schon gedacht, wo ist das Zeug da rein? Passest du nicht mehr rein oder? Ja, auch. Wegen dem habe ich mich erwarten, zum neuen Anzug machen. Vielleicht könnte ich deine Alten mal anprobieren. Das ist eine gute Idee, ja. Wirklich? Ja. Das wäre dann geil. Ja. Oh mein Gott. Vielleicht ein bisschen kürzer machen, aber ja. Ja, ich bin nicht so gross wie du. Genau. Ja, aber oben geht es sicher. Oben sind sie. Weisst du, schön italienisch eng. Ich weiss. Alter, ich gehe jetzt im gleichen wie du. Dank dir, ja. Und er hat mir Hosen gemacht, wo ich ihm gesagt habe, aber nicht zu eng. Er hat gesagt, nein, 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 nein. Weisst du, da haben wir noch zwei Zentimeter. Und ich so, Alter, meine Waden spannt jetzt schon. Er hat gesagt, nein, 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 ich muss noch ein bisschen länger. So, natürlich. Jetzt sind wir an einem Geburtstag. Ganz schön. Ganz schönen Geburtstag, wo... Man in Zürich mit einem Bötchen abgeholt worden ist, über den See gefahren ist und dann nachher zu einem Restaurant, wo am See gewesen ist. Und als wir bei diesem Restaurant angekommen, muss man aus dem Boot raussteigen. Und ich mache einen grossen Schritt und ich höre nur... Und einfach den ganzen Arsch erschaffen. Und dann ist er oben losgegangen. Und weil ich mich dann natürlich so dumm bewegt habe bei diesem Schritt, habe ich so gedacht, ich will nicht noch mehr irgendwie aufreissen, habe ich mir dann natürlich das ganze Bein aufgerissen. Einfach so. Das ist der italienische Schnitt. Das ist auch so gemacht, damit kannst du ins Auto... Also wenn du ins Auto steigst, zum Beispiel, musst du den Knopf aufmachen, sonst geht es nicht, sonst verrisst es alles. Ja, dann hat man immer gesagt, gell, und beim Aufstehen musst du dann... Aufpassen. ...must du unten heben und... Ich sehe, das sind nicht in dem. Gib mir doch zwei Zentimeter mehr. Ah, ja. Einfach normal sitzen und stehen. Ah, ja, Hose, wo man muss im Sitzen anlegen, weil sie so eng sind. Also wie so eine halbe Purzelbäume ausmachen. Ja, er hat so Ritterhose. Ja, genau. Das sind wirklich eigentlich Leggings. Kann man sagen, ja. Aber im Sturz, finde ich. Ja. Ja, man muss es ja tragen können. Genau. Das ist das, was man gesagt hat. Du musst ja auch ein bisschen auf den Wünsch von den Kunden einkommen. Ich habe jetzt ein bisschen britischerer Style, sage ich jetzt mal ein bisschen. Absolut. Noch mit den Halbstiefeln. Genau, weil es besser ist kalt. Ja. Und den Bart hast du am Start. Den Bart, tut mir leid. Ich durfte nicht schneiden. Wegen der Rolle, die ich spiele. Das ist ja das Geilste, was man sagen kann, oder? Ich habe es jetzt recht genossen. Eben. Ich meine, ich würde das auch gerne wieder mal sagen. Ich hatte schon lange keine Rolle mehr gehabt. Und früher, ich habe immer genau gleich ausgesehen bei jeder Rolle, die ich gemacht habe. Dann bist du so, ja, ja, das ist wegen der Rolle. Egal, was gerade ist. Du hast die Haare geschnitten, ja, das ist wegen der Rolle. Ja, schon mal. Du hast die Kuh genommen, ja, ja, das ist wegen der Rolle. Ja, gut. Gut. Ja, das ist... Das muss ich mal merken. Ja, das sage ich auch, glaube ich, in Zukunft. Aber ja, es gefällt ja nicht jedem. Oder jeder. Wegen. Ist der eine nicht so gut? Nein, nein. Ich mache eben, ich mache eben, ich mache eben, ich mache eben ein bisschen Angst, weil ich hätte so einen, äh, ich hätte so einen, so einen Bartroller. Also, zum mehr Bartwuchs... Genau, so einen Microneedling-Roller und dann hast du so eine Creme. Bringt? Also, ich merke schon ein bisschen etwas, ja, aber es braucht ein halbes Jahr. Aber was macht das? Das tut halt gewisse Poren wie aktivieren. Du tust ja mit Microneedling, du kannst du ganz ein bisschen deine Haut verletzen, aber so wenig, dass man es nicht sieht und dann muss sie sich regenerieren. Und dann machst du noch die komische Creme drauf und die aktiviert dann halt irgendwie die, sie behauptet so in so einem Werbenvideo, die eingeschlafenen Haare unter der Haut, die kommen dann raus. So. Es gibt einfach den dichteren und wahrscheinlich da gibt es ein bisschen mehr. So, und ich mache jetzt ein bisschen Angst, weil ich gesagt habe, ich will dann natürlich, wenn ich mehr Bartwuchs habe, möchte ich natürlich auch mal einen richtigen Bart am Start machen. Und zwar sollte ich, kannst du mal Cooper Cup, K-U-P-P, also Cooper normal und dann, ja, da kommt er, Achtung, das sind die Footballspieler. Dann habe ich gesagt, guck, ich mache mal das Teil. Wie fände ich es? Ah, okay, aber interessant, oben dann voll nichts. Nein, oben, wenn ich es so lachen, wenn ich es jetzt habe. Ja, aber guck, geh mal schnell aufs unteren Fettel, ja, dort, wo man hochschaut, links. Ja, das ist das Beste. Ja, genau, dort ist so ein bisschen, das passt natürlich zu dir, du hast helle Haare und, ähm... Und wir sehen gleich gut aus. Gleich gut aus, helle Augen und so ist der Übergang, das ist schon geil. Es ist wie ein Übergang nach oben und ein Übergang nach unten. Geil, so ein bisschen Wikinger-Style. Ja, es könnte passen. Ja, und sie hat auch nicht so eine Freude ab dem, glaube ich. Ja, aber schlussendlich. Nein, aber schon nur, ich meine, das Vorbild bei allen ist immer David Beckham. Weil ich glaube, der hat das auch gemacht. Ich glaube, der hat auch so ein Microneedling gemacht. Weil der hat früher noch nichts gehabt. Der hat früher irgendwie so eine Minischnäuzle gehabt. Und dann hat er auf einmal schon gekommen mit seinem Vollbart. Das sind so wie die, wo du merkst, dass sie... Dass sie schnell in Türkei geflogen sind. Nein, nein, wieso? Nein, nein, nein. Nein, ich habe mega gerne einen Kurzhaarschnitt, der vorne gerötet ist. Mit Filzstift umrandet. Aber weisst du, ist doch nichts Schlimmes dabei. Finde ich auch. Ich meine, wir sind gesägnet mit guten Haaren. Gott sei Dank. Es ist immer Grossvater-mütterlicher Sitz. Ui. Es sind glaube ich die Haar-Gen. Ui, aber den sieht es für mich nicht gut aus. Im Alter. Wirklich? Nein. Sehr wenig und dünne. Ah ja? Ja. Also der Pasquale Stramandino Senior, der hat richtig im Mathe... Vielleicht geht es auch über René Weiss. Ja, ja, ich weiss. Und er hat eine perfekte Schnauze. Boah, ich freue mich so... Und ich habe bis jetzt... Ich hatte mega tolle Gespräche mit ihm, aber ich weiss bis jetzt nicht, über was wir geredet haben. Nein, du weisst mein Vater. Ich meine mein Grossvater. Aha! Der Papi von meinem Papa. Ah, so, okay. Der heisst auch Pasquale Stramandino. Okay. Und, äh, ja. Heisst ihr Ali Pasquale? Bist du eigentlich Pasquale III? In diesem Fall? Äh, ich... Nein, weil er heisst nicht Pasquale. Es hätte glaube ich sicher auch mal einen gehabt. Aber das ist halt wie in Italien, oder ist das... Der Gistername vom Vater Viter, damit... Ja, 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 ja. Was ich dann durchgebrochen habe. Bei uns wird das ja... Bei den Schweizer wird das ja gemacht mit irgendwie einem zweiten Vornamen. Italienern das nicht. Dann hast du irgendwie... Ich weiss doch auch nicht... Valerio, Timian, Paul. Weisst du, weil irgendwie Grossvater Paul geheissen hat. Aber ich weiss, ich kenne die mittlere Namen. Ja. Was... Wer ist das? Aramis. Ja. Das ist kein... Das ist kein von mir... Das ist kein von den Vorfahren. Weisst du, warum mir immer in den Sinn kommt? Es tut mir so leid. Es kommt mir immer das Ross in den Sinn des Feldschlösslens. Dort heisst der Ross Aramis. Und? Sollt ihr euch sagen? Das Ross habe ich geschwätzt. Nein! Ja. Es kommt mir immer das Ross in den Sinn, wenn du Aramis sagst. Also ich wollte es ein Werbenvideo geben. Von diesem Ross? Ja. Was? Wo irgendein Schwingerkönig... Ich weiss nicht mehr, welcher... Irgendein Schwingerkönig geht zu Feldschlössli... Weisst du, so... Richtig gotenständig. Ja. Er geht zu Feldschlössli anschauen. Und das Ross Aramis zeigt ihm... Felsschlössli. So, und dann nachher... Natürlich, das Ross bewegt nicht das Maul oder irgendetwas, sondern es ist einfach der Ross, den sie gefilmt haben. Klar. Und dann nachher auch viel zu nach aufgenommen, quasi wirklich Studioaufnahmen, dass halt wirklich... Ah, ja, ja. So, wenn du jetzt, keine Ahnung, den Jörg Abderhalter gesätst, dann... So Jörg, und jetzt gehen wir mal schauen, wie es da aussieht. So, und dann nachher läuft das so wieder... Super, Aramis, dann gehen wir jetzt da rein. So, ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr das Video, aber das habe ich geschwärzt. Sehr geil. Ich müsste es mal suchen. Sehr geil. Aber ja, das kommt mir immer ins Sinne. Ja, aber es ist ja eigentlich ein von den Musketieren. Stimmt. Von dort kommt es. Also ich glaube, von dort hat meine Mutter den Namen geholt. Weil ich glaube, mein Vater ist jetzt nicht so auf den Namen gesehen. Weil das habe ich ja mal in einem Programm erzählt, im Allerersten sogar. Dass meine Eltern damals diskutiert haben darüber, ob ich jetzt Joel oder Aramis zum ersten Vorname heisse. Und mein Vater hat dann gefunden, er heisst Joel, weil wenn er Aramis heisst, wird er in der Schule nur verprügelt. So, dann bin ich aber in der Steinerschule. Und dort macht es keinen Unterschied. Nein, absolut. Weil dort bin ich mit Joel zu normal gesehen. Neben dem Tassilo und dem Teutobald und so. Immer in den zwei Pünktchen. Dann haben sie mich mit dem Eurythmie-Kromstab verprügelt. Oh Gott. Aber würdest du jetzt, wenn du zurückschaust, würdest du sagen, die Steinerschule ist etwas, wo du schlussendlich etwas gebracht hast? Ja. Wirklich? Ja. Weisst du, als Vater jetzt denke ich natürlich langsam an die Schulzeit von meinen Kindern. Und was hat sie dir denn gebracht? Also, mir hat es gebracht, dass ich sehr wahrscheinlich jetzt das mache, was ich mache. Es gibt ja noch ein paar Beispiele vom darstellenden Bereich von der Kunst, die in der Steinerschule gewesen sind. Weil halt effektiv, das habe ich natürlich, ich meine, es ist für dich dann einfach normal in dieser Zeit. Aber ich gehe in die Schule und dann heisst es irgendwie, das haben wir kürzlich, haben wir es an diesem Tisch dort besprochen. Das hat Wujo dazu veranlasst, dann zu gehen. Als ich das erzählt habe, habe ich gefunden, führ dir vor, was du willst, ich gehe jetzt. Weil ich gesagt habe, dann ist es gekommen und man hat gesagt, will jemand etwas vorführen. Und dann hat man das gemacht. Und ich habe angefangen, habe ich in Englisch, Achtung, meine Karriere hat angefangen mit, in Englisch habe ich ein Mr. Bean-Sketch nachgespielt. Und zwar, das ist eben noch das Geile gewesen, weil ich wusste, ich muss nicht reden, oder? Aber ich kann mir so erklären, was passiert. Und es ist ein Sketch gesehen, irgendwie, ich glaube, es ist irgendetwas gesehen, der Mr. Bean wird empfangen, oder er geht nachher, und er macht seinen Schuhe aufs Auto, und das Auto fährt ab, oder irgendwie so. Ich müsste mal, ich müsste mal diesen Sketch suchen. Es ist sehr, sehr lustig. Es ist wirklich, ich habe es natürlich damals hilarious gefunden. Und dann habe ich gefunden, ich spiele das nachher. So, und das hat absolut gekillt. Wirklich, es sind alle verreckt vor Lachen. Der Lehrer hat es toll gefunden, und so weiter und so fort. Und dann hat er gefunden, mach doch wieder etwas. Und dann habe ich mir jetzt irgendeinen anderen Mr. Bean-Sketch suchen. Und ich weiss nicht mehr, was ich dann dort geholt habe. Auf jeden Fall, als ich die ersten zwei Sets erkläre von diesem Sketch, schreit jemand rein, Das ist Mr. Bean, das ist gestohlen. So, danach ist quasi das im Keim erstickt worden. Und dann habe ich auch gemerkt, Materialstrahlen, nicht so geil. Erste, erste Lektion. Und dann ist mal Fastnacht gesehen, und dann hat der Klassenlehrer, der hat dann irgendwie gefunden, falls da jemand etwas vorführen will. Und dann habe ich so eine Impro-Nummer gemacht, mit den Girlanden, die irgendwie so runtergehangen sind. So, weißt du, so, halt Fastnachts-Dekoration, oder? Und dann habe ich irgendeine Impro-Nummer gemacht, wenn ich so probiere, an denen vorbeizulaufen. Und dann laufe ich mir drei, und irgendwie, sie trifft mich, und es macht mir weh, und so. Also wirklich so eine Art Klon-Nummer, oder? Und die hat recht gebombt. Dort sind oft alle mit grossen Augen da gesessen und haben gefunden, was ist das Problem? So, und ich behaupte, das hat mir geholfen, für später zu wissen, wenn niemand lacht, man lebt auch nachher weiter. Das heisst, das hat mir die Angst genommen von der Bühne. Ah, okay. Sonst keine Ahnung, was man zur Steiner Schule gebracht hat. Aha, okay, gut. Aber das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Du hast quasi herausgefunden, eben, das Leben geht weiter, auch wenn sie nicht lachen. Richtig. Nicht, dass du dort herausgefunden hast, dass du ein Klon bist, blöd gesagt. Nein, meine Mutter behauptet, sei dort schon klar gewesen. Weil ich im Tram zur Steiner Schule, für das ganze Tram, habe ich Otto erzählt. Was? Ja. Ja, dann ist irgendein eingestiegen, der mit mir in die Schule ist, und dann habe ich dann einfach die Otto-Zähne, die ich hatte, und ich konnte einfach auswählen. Und dann habe ich einfach gedacht, weisst du, ganz, ganz übeles Zeugs. Ich habe eine Frau, ich habe nicht mehr gewusst, dass ich erzähle. Aber das weiss ich noch. Ich habe eine Frau gesehen, und das war erst das Gesicht. Und das ist echt das Publikum gewesen. Genau. Und die Masse, 90, 60, 90. Und das andere Bein auch. Und nur so, gell? So geil. Ich habe ein neues Parfum, Jennifer Asche. Weisst du, alles? So, und ich habe das alles auswendig können, und ich habe das einfach quasi dämpft erzählt, aber ich habe ja gemerkt, dass andere das auch sehen und zuhören, und dass die das auch lustig finden. So, also der Drang zu unterhalten, hast du immer schon irgendwann im Rümen gesehen. Das ist so. Gut zu wissen. Ja. Aber du, ich meine, es heisst ja, die eine Sohn heisst, sieg sehr wie du früher. Das heisst, du bist ziemlich rabauke gewesen. Ja, ich kann mich auch nicht so gut wie du an Sachen erinnern von der Schule, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist gerade lustig, vor drei, vier Tagen habe ich meine Kindergartenlehrerin in der Apotheke getroffen. Wirklich? Und sie hat mich angesprochen. Ja. Weil das ist so die Apotheke-Diskretion. Herr Stramandino, ja, Sie brauchen... Herr Stramandino, Stramandino. Sie brauchen noch... Sie brauchen noch die Doppelte. Haben wir auch in der Creme? Genau, ja. Haben Sie noch? Ja, doch. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat sie gesagt, ich habe gewusst, dass du es bist. Dann habe ich gesagt, oh, tut es sogar? Ja, ja. Oi, oi, oi. Und dann hat sie gesagt, kann das sein, dass du einen Sohn hast, der gleich ist wie du? Und ich so, ja, also ich hoffe es irgendwie ein bisschen. Und sie hat gesagt, hey, das erinnert mich so an dich, wo du klein warst und so. Und dann sind wir dort ins Reden gekommen. Wovor hat sie den Sohn geholt? Wir wohnen 60 Meter entfernt. Ah, sie hat nicht gewusst, dass es die Sohn ist. Sie hat auf den gesehen und gedacht, das muss die Sohn sein. Genau, sie hat nie mehr... Also ich habe meistens meine Frau gesehen, wie sie am Laufen ist mit beiden. Ja, weil du gehst ja nie mit den Kindern laufen. Genau, das macht man nicht als Vater. Und dann hat sie mich angesprochen und hat gesagt, ja, die Frau kenne ich nicht und so, aber ich habe mir noch gedacht und dies und das. Aber jetzt ist natürlich, eben, jetzt setzt sie uns immer und sagt, ja, das erinnert mich so an dich, wo du klein warst, die gleichen Bewegungen. Und es stimmt, das sagt meine Mutter auch. Eben darum, sie hat es gesagt. Und ich behaupte eben, z.B. meine Schwiegermutter, also die Kinder sind oft bei der Schwiegermutter und bei meiner Mutter. Und meine Schwiegermutter hat natürlich mit meiner Frau und ihrem Bruder zwei so nette Kinder gehabt, weisst du, die waren einfach normale Kinder. Und jetzt hat sie wie meine zwei Söhne, die wie ein ganz anderer Rhythmus sind, sage ich, ich nenne sie jetzt mal so. Ja. Und ab und zu merke, dass sie so wie am Limit ist. Ja. Und bei meiner Mutter sehe ich das nicht, weil ich sehe bei meiner Mutter, dass sie kennt das schon. Sie weiss... Das ist ja für more of the same, oder? Genau, sie weiss, sie weiss. Und ich habe auch von meiner Mutter jetzt ab und zu ein paar Sachen gelernt, wo ich dachte, wie macht sie das? Wie sie gewusst hat, so ist es mit euch gegangen. Genau. Weisst du, zum Beispiel das Ignorieren funktioniert bei meinem Sohn sehr gut. Ja. Also weisst du, wenn er schreit und so, dann ist meine Mutter, sie steht einfach auf und geht. Und ich so, oh. Und ich so, komm. Und dann, oh. Weisst du, so wie zauberer. Und ich so, ja, ja, das kenne ich. Du bist auch so gewesen. Ich so, what? Und dann merke ich einfach irgendwie, dass anscheinend bin ich sehr ähnlich gewesen wie der Große, der Kleine, ich glaube ein bisschen schlimmer. Der ist, der spinnt komplett. Der ist wirklich, der ist full power. Weil der Große ist dann schon ein bisschen emotional und so. Und jetzt eben ist er so langsam feier und versteht ein bisschen mehr. Ja. Und der Kleine, der ist, der ist einfach gleich. Der Kleine ist einfach, es gibt nur ein Gas und zwar Vollgas. Und zwar, sobald er aufsteht am Morgen bis dann, wenn er einfach kaputt ist und ins Bett liegt. Und ignorieren bringt das nichts? Nein, ignorieren ist das gefährlich. Weil jetzt, wenn du ihn ignorierst, dann weiss er, ah, ignorierst du mich? Okay, das heisst, ich klettere jetzt hier nicht mehr drauf, wo ich weiss, das ist gefährlich. Ich bringe mich in Gefahr. Ja, ja, ja. Dann bist du, weisst du, wie, also ich hoffe, er denkt das nicht, aber ich habe ja eine geile Szene gesehen, wo ich das letzte Mal bei euch gesehen bin. Vom Kleinen. Ja. Wo er, also logisch weiss, hat er irgendetwas gemacht. Und danach ist er, ist er in seinem, in seinem Gitterbettchen gesehen. Ja. Und dann hat er wirklich gewusst, ah, shit, da bin ich jetzt. Da kann ich jetzt nichts machen. So, oder? Und danach steht er auf. Und dann geht er extra um. Einfach so, boom. Und vor der Hülle, und dann kommt die Frau und findet, ah, nein, holt die Nuse. Und ich so, oh. Voll reingehängt. Ja, klar. Jetzt bist du reingehängt. Aber wir haben auch eben so. Oh, es ist ja krass, weisst du, wie so ein kleines Vase, ah, einfach schon, die, die, ich sage jetzt mal, politics, people politics, einfach schon verstanden. Komplett. Komplett. Und zum Beispiel auch, eben, wir haben so eine, ich nenne es Fort Knox. So, was ist das, ein Laufgitter. Ja, aber ja, das komische Gitterbettchen, wie es immer heisst. Ja. Und das haben wir eigentlich nur, das brauchen wir gar nicht. Das ist nur zum Gefängnis. Weil, einfach, wenn ich dir jetzt viermal Nein gesagt habe, weisst du, du brauchst ja etwas, zum, weil das ist ihm sonst gleich. Und ja, dann ist er da drin und dann fährt er einfach Sachen rumschiessen und so, weisst du, so, ja. Dann musst du einfach aber hart und das ist wirklich, also das ältere Zeugs. Also, meine Mutter hat, glaube ich, auch mit Ignoration hat sie es bei mir einigermaßen herangekriegt. Sie hat mir, das habe ich lange, also das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, nie gewusst und irgendwie vor einem Jahr oder so, erzählst du mir eine Geschichte. Ich seh mal, ich seh mal, aus irgendeinem Grund seh ich hasse sie auf sie. Also, ich war sehr, sehr klein, und dann heg ich mein Gaga bei ihr im Zimmer irgendwie überall verschmiert. So quasi, wirklich so. Der Stuhlgang? Ja. Protestaktion. So, einfach, ich schmier jetzt meine Scheisse überall an. So, und sie hat dann wirklich auch gefunden, okay, hat es geputzt. Und dann habe ich es nie mehr gemacht. Und eins, was ich noch weiss, ist, wenn ich mich mal geweigert habe, zu meiner Tagesmutter zu gehen, und jetzt hat es wirklich, das Wetter, das dir gefallen, es hat geschneit und irgendwie, zwei Grad, Arschkalt, und ich bin in der Hammerstrasse, bin ich irgendwie einfach in den Schnee gelegen und habe getäubelt. Und ich habe so gefunden, nein, ich gehe nicht mehr weiter, weißt du, an der Stelle. Und ich bin vielleicht gar nicht drei oder vier gewesen oder so. Und ich habe mir auch gefunden, ja, dann halt. Und dann ist sie einfach in das Haus, wo meine Tagsmutter war, im Lift. Und ich weiss noch, das ist wirklich, das ist bei mir in meinem Kopf einbrennt, wenn ich wirklich einfach noch so gefühlt zehn Minuten, wahrscheinlich knapp eine halbe Minute, weitergemacht habe und einfach so geschraue und so, ah, und nein, und so, oder? Und dann, wie ich so gedacht habe, shit, ich komme nicht mehr. Nein, weißt du, so genervt, dann halt, oder? Dann stehst du hoch, dann gehst du halt auch in den Lift und gehst hoch. Aber das ist, das ist genial. Aber das Schlimme ist, man hat dann das Gefühl, ah, das funktioniert eben, das funktioniert auch bei anderen Kindern. Aber es ist ja eben, jeder Mensch ist ein eigener Mensch, der hat einen eigenen Charakter und kommt schon sehr früh so auf die Welt. Und natürlich können dann noch unsere Einflüsse irgendetwas bewirken und verändern, aber es gibt nicht, eben, es gibt nicht Regeln eins, wo dann anwendbar ist auf alles. Ja, das stimmt, absolut. Aber eben, meine erste Saison ist auch, also ignorieren ist nicht schlecht. Aber jetzt wirst du so anfangen zu dealen. Ja, logisch. Jetzt wirst du an mit, ähm, wenn ich esse. Ich gebe dir ein Kaugummi. Wenn ich das alles esse und lieb bin, darf ich dann. Ja. Und, äh, etwas, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, äh, Schwimmkurs. Schwimmkurs, also Abzeichen. Ja, 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 ja. Er ist in Schwimmkurs, hat angefangen, äh, das ist ein halbes Jahr vorher, also eigentlich ist es mit vier, er darf ja mit dreieinhalb gehen und so, weil er ist relativ ein grosser, so, aber halt für sein Alter. Ja. Ist in dem Schwimmkurs gewesen und er hat wie so die ersten drei, vier Mal in dem Schwimmkurs hat einfach gemeint, ah geil, können wir mal einfach ein bisschen planchen da und muss nicht zuhören, weißt, ich kann machen, was ich will und dann nicht ein bisschen paddeln. Bis sie mal, also, heimgeschickt haben, duschen. Ja. Dort hat er da ganz oben nicht mit mir geredet, weil ich ihn halt auch, also, sagen wir, auf italienische Art und Weise erklärt. Mhm. Ähm, ganz oben nicht mit mir geredet, nächste Woche nochmal der Schwimmkurs, auf dem Weg da hin, nochmal, hab ich ihm gesagt, weisst du noch, das letzte Mal, was ich blablabla, Ja. Hey, wie ein anderes Kind. Ja. 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 Und dort habe ich einfach gemerkt, er dachte, ah ok, weisst du, es ist wie, er braucht, er testet diese Grenzen. Ja, ja, ja. Er braucht so wie, ein ganz klaren Cut oder irgendetwas, wo er dann versteht, was sagt, ok, das sind Schwimmlehrer, den muss ich zuhören, weisst du, kommt doch nicht einfach zum Spass her, also schon natürlich, aber. Und das habe ich, das habe ich dann schon, das habe ich schon gemerkt bei ihm. Und jetzt eben vor da, vor die Eile, und ist so, vor allem beim Schwimmkurs, also, aber Papi, bin ich heute lieb gewesen? Gerade zuerst, als er sagt, Schwimmkurs fertig, bin ich heute lieb gewesen? Ja. Ah, cool, also das heisst, ich darf. Weisst du? Und ich so, ja, ja. Aber sagst du nicht, Mami, gell? Sagst du nicht, Mami. Also ich lieb zu ihm. Ja, aber es ist ja mega geil, wenn das Ziel ist, lieb zu ihm, ist ja perfekt. Das gleiche ist so mit Essen und so, das ist ja schrecklich für mich. Für eine italienische Grossmute, mein Sohn isst halt wie, nicht 19 Mal am Tag. So wie es normal ist bei Italienern, sondern, hey, ist halt zum Morgen gut, und dann isst du vielleicht manchmal kein Mittag, dann isst du am Abend vielleicht noch etwas. Ist das schrecklich? Ja, ja. Das ist wie, für meine Schwiegermute ist das Schlimmste. Das ist, weisst du, medizinisch oder so, hat es überhaupt nichts mit dem, also weisst du, es gibt halt Kinder, die etwas weniger brauchen oder weniger essen, und das kommt dann schon. Also weisst du, die verhungern nicht. Nein, wenn sie Hunger haben, dann essen sie schon. Genau. Und dann eben gibt es dann wieder die Oben, wo er dann drei Teller passt, hintereinander isst und so, wo sie sagen, das ist wie, für meine Schwiegermute ist das mein Gott, schau mal. So toll, so toll. Ja, so toll. Aber eben, wenn er nicht isst, also was hat denn dann immer nicht zum Arzt, weil er nicht isst, weil das geht ja nicht. Und dann sage ich, nein, weisst du, wenn er Hunger hat, dann kommt er schon. Und wichtig ist das dann halt nicht, keine Ahnung. Also er ist dann da, ja, darf ich schocken? Ja. Ja, nein. Komm, wir essen zuerst etwas, normal. Ja, nein, ich habe keinen Hunger. Ja, aber du hast gesagt, ich will schocken. Ja, das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Ja, natürlich. Vor allem, weil ja Dessert-Magen ist ja mittlerweile erwiesen, weil ja Zucker durch den Magen erweitern. Das habe ich nicht gewusst. Ja, anscheinend. Das heisst, wenn du, eben auch wenn du voll bist, kannst du trotzdem noch ein Dessert essen, weil sobald du Zucker in die innen tust, wird sich der Magen nochmal ausweiten und du hast nochmal mehr Platz. Ach ja? Das ist das Gemeine, ja. Ach ja, ich meine, das ist im Kopf. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Leute immer darüber reden und man sich das eh schon so zugesprochen hat. Aber anscheinend tut Zucker den Magen ausweiten. Aha. Übrigens muss ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, alles, was in dem Podcast gesagt wird, darf man ja nie irgendeinem zitieren und irgendwie für barri Münzen nehmen oder irgendwie wissenschaftlich nichts, gell? Nicht einmal das Hallo am Anfang. Nein, ich bin ein absoluter Idiot und ich labere auf irgendetwas. Same. Aber das habe ich nicht mehr gelesen. So. Ich weiss nicht mehr, ob es das war Zeitwissen oder Facebook. Uh, ist für mich beides die gleiche Informationsquelle. Was ich lese, stimmt. Quelle vertraue mir, Bruder. Genau. Nein, darum, anscheinend. Anscheinend, sage ich jetzt auch immer dazu Disclaimer, vielleicht machen wir auch noch irgendeinen Einblender. Wichtig. Heutzutage sehr wichtig, ja. Irgendeinen Faktencheck. Glauben uns einfach nicht alles. Genau. Was Schlimme ist ja, wenn du mit jemandem diskutierst und irgendwie, sagen wir, du behauptest jetzt das eine und ich behaupte das Gegenteil. Ja. Wir können beide auf Google gehen und wir können beide einen Artikel finden, der beweist, dass wir Recht haben. Beide. Du kannst sagen, schau, ich habe einen Artikel gefunden, das sagt genau das, was ich sage. Und ich kann sagen, ich habe einen Artikel gefunden, das sagt genau das, was ich sage. Und dann? Eben, dann sind wir nicht weiter. Dann ist es so, ja, beide haben Recht, oder nicht? Ja, aber eben das, ja, nein, komm. Äh, aber nur schnell, was mir noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, deine, was ist für eine Lehrerin gewesen? Kindergarten. Kindergarten. Ja. Ähm, in meiner Premierewoche in Basel ist meine Handarbeitslehrerin von der Steiner Schule zu schauen. Und zwar hat sie mir mega herzlich gesehen. Nach der Show ist sie noch gekommen, ging Hallo sagen, hat mir einen Brief gegeben, noch mit einem Foto von damals. Ja. Und dort hat sie es mir schon gesagt und im Brief hat sie es dann noch geschrieben. Ähm, sie hat mich auf einem Plakat gesehen und sofort erkennt. Und ich denke, wie, wie krass ist das, dass du quasi ein Kind, bis es irgendwie zehn oder elf ist, siehst. Und dann hat er einfach nicht mehr. Und dann siehst du ein Plakat mit so einem Dude, der irgendwie wissgefärbte Haar hat. Und sie hat mich anscheinend erkannt. Und aufgrund von dem hat sie den Tickets gekauft. Cool. Und ich nehme alle Tickets. Also, weißt du, das ist wirklich, was du wachst, ist mir scheiße. Nein. Und, äh, und im Brief hat sie sogar noch geschrieben, das habe ich sehr gerne gefunden. Und, äh, ich erinnere mich an ein, irgendwie, weißt du, lebhaftes, äh. An dini schuld, wo du bergst. Lustiges. Und teils vielleicht auch etwas einsames Kind. Und, äh, ich so. Ja, du. Oh. Das ist ja, okay. Ja. Aber das ist auch, das ist zum Beispiel auch etwas, du kannst ja, wenn du Kinder hast, kannst du ja nur so bis zu einem gewissen Punkt, kannst du etwas machen. Ja. Oder, nicht Einfluss nehmen, du kannst ja immer Einfluss nehmen, irgendwie. Aber so, irgendwann bist du wie nicht mehr der Haupt Einfluss, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und, und das ist bei mir auch, weißt du, zum Beispiel Lehrer. Das ist, du musst so Glück haben, dass du einfach gute Lehrer hast. Ja. Also, zum Beispiel, ich hatte einen Lehrer, das vergiss ich nie mehr. Und ich glaube, auch wegen ihm, ähm, bin ich, äh, schlussendlich auch den Weg gegangen, den ich dann, den ich dann gemacht habe, ähm, bis heute, weil der hat mir gesagt, ich bin mega schlecht im Mathe gewesen. Mhm. Also wirklich. Und alle haben immer... Jetzt bin ich fünf mal sieben. Jo. Okay, hast du es bewiesen. Ja. Ich meine... Lass dich nicht los. Nein. Oh, scheiße. Jetzt gehe ich mit dem Hackmus schnell. 35. Okay, gut. 35, genau. Ähm, also wirklich so schlecht. Aber ich bin gut gewesen, zum Beispiel, in Deutsch. Ja. Oder Geschichte, weißt du, und Sport und so. Und, alle haben immer wollen, dass ich quasi, wie, das Mathe, also Mathe verbessern. Ja. Und das andere dann, weil dort bin ich ja gut gewesen. Und der hat mir gesagt, das ist so super. Roland Schmidt. Mhm. Ähm, 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 äh, Psychiater, der in Rente war und einfach noch Schule gegeben hat. Oh, okay. Mega cool. Ähm, Geschichte und Deutsch hat er unterrichtet. Und er hat gesagt, du bist schlecht im Mathe. Ja. Wieso willst du das verbessern? Damit du dann das Gute, was du kannst, verschlecht, weisst? Ja, ja, ja. Er hat gesagt, ja, du bist schlecht im Mathe. Nicht jeder kann gut sein, weisst du so. Ja. Ja. Aber konzentrier dich doch auf das, was du kannst. Und dort, und das ist mir, natürlich dort, ich bin so ein Teenager gewesen und es hätte mir eh niemand so etwas sagen können und so. Bla bla bla. Und ich bin auf der Strasse aufgewachsen. Im Riechen. Ja. 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 Ähm, aber das ist mir dann nachher immer wieder gekommen, oder? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm. Aber ich habe immer dann schlussendlich zu dem Ja gesagt, was ich will, machen oder was mir gelegen ist. Zum Beispiel, Morgenshow im Radio ist so eine Klassiker, da kannst du genau das Gleiche sagen wahrscheinlich. Nämlich? Ja. Morgenshow ist die Champions League von jemanden, der im Radio moderiert. Ich habe das gekasst. Horror. So früh aufstehen und... Ich habe es darum gar nie gemacht. Doch auch. Wir haben es etwa gleich vielmals gemacht. Ja, okay. Ich bin wirklich, genau, zwungenermaßen hatte ich mal so einen Einzeldienst oder so, ja. In dem Radio, wo wir beide gearbeitet haben, haben sie das mega lustig gefunden. Ja, also, sie sind ja auch, ich sage jetzt mal, am Staff, jetzt nicht gerade überbesetzt gesehen, dass man gefunden hat, wir haben eigentlich Dreh zur Auswahl für eine Morgensendung. So haben sie es gesehen, welcher Trottel ist der einzige, der jetzt gerade verfügbar ist, weil wir haben nur jemanden und die Person ist krank. Also wir haben die zweite Person auch. So. So ist es. Genau. Ja. Aber ich hätte ja auch keine Morgenshow machen können. Das ist mir ja oft angeboten worden. Aber ich habe immer... Weisst du, und dann musst du auch den Mut irgendwie haben, Nein sagen zu etwas, wo eigentlich Leute darauf hinschaffen. Also weisst du... Absolut. Und das ist dann... Das bringt dir dann schon etwas. Ja. Weil eben auch bis heute sage ich immer noch, also bei dir wahrscheinlich auch so. Also ich weiss nicht, ich habe noch nie einen Tag geschafft, weisst du gefühlt. Ja. Ich finde das ein schöner Gedanke. Ich muss ganz ehrlich sein, mittlerweile habe ich schon ein paar Tage gearbeitet. Hast du gearbeitet? Ja. Ich habe auch drei Jahre in der Lehre. Hauswart. Oh nein, nicht einmal so. Sondern nein, nein, nein. Auch in meinem jetzigen Beruf, auch heute, ein paar Tage sind schon gearbeitet. Was ist denn für dich gearbeitet? Also im Stand-up an sich, haben wir so unter uns, haben wir so ein bisschen so den Talk, wenn jemand einen Auftritt hat und man sich dann nachher irgendwie austauscht. Dann kann es natürlich sein bei einem Privatanlass oder irgendwie sowas. Kann aber auch bei Öffentlichen sein. Ja. Gibt es mittlerweile so ein bisschen die Redenwendung. Ich weiss gar nicht, wer die erfunden hat. Aber ja, gibt es eh schon lange. Wo man dann sagt, heute ist Arbeit gewesen. So. Also weisst du, es gibt halt Shows, die laufen wirklich gefühlt von allein. Gibt dir Energie. Du gibst Energie zurück. Es läuft. Voll geil. Und dann gibt es Shows, wo du dann sagst, das war Arbeit gewesen. Weil irgendwie die Leute sind komplett kalt dort gesessen. Vielleicht haben sie gar keinen Bock auf Comedy oder irgendwie so. Und dann musst du noch ein bisschen mehr und du musst sie ein bisschen holen. Und du musst ein bisschen... So. Nicht verbissen, aber es fühlt sich dann an wie Arbeit. Du sagst, jetzt habe ich mehr gemacht. Das ist im einen der Bericht und im anderen halt so... Ich weiss nicht, wie viele Leute gerne Mails schreiben. Ich mache es mit dem Gedanken, hey, mein Manager ich ermöglicht, dem Comedian ich aufzutreten. Darum mache ich das lieber, als wenn ich jetzt angestellt war und müsste Mails für eine Firma schreiben. So. Also die Investition in dich selber sozusagen. Genau. Aber trotzdem ist das jetzt nicht... Oh, ich schaffe nicht. Wenn ich an Mails bin, bin ich so... Gestern nur schnell habe ich NFL geschaut und habe die Mails nebenbei gemacht. Man kann es auch umgekehrt sagen. Ich habe die Mails gemacht und habe nebenbei NFL geschaut. Das heisst, natürlich habe ich die Mails viel länger gehabt, aber dort hat es sich weniger angefühlt wie arbeiten, als wenn du sagst, wir machen Bürotage und... So. Ja. Aber es ist, weisst du, es ist wie dein Beruf. Mhm. Es ist wie... Weisst du, ich sehe das wie anders. Es ist wie, das ist Teil von deinem Beruf. In jedem Beruf hat es auch Sachen, die man etwas weniger gerne hat. Absolut. Aber es ist nicht wie... Weisst du, es gibt ja ganz viele Leute, die seit 23 Jahren in einem Beruf arbeiten, wo sie einfach am Morgen aufstehen und dort hingehen und ihren Job erledigen. Weisst du, die null Bindung haben zu dem, was sie machen. Mhm. Das ist eine Routine. Das ist einfach, das müssen sie machen, weil sie müssen das Geld heimbringen. Das haben sie mal gelernt. Weisst du? Ja. Ja. Ich habe in einem Gespräch mit dieser Person wirklich gesagt, weisst du, das ist wirklich einfach... Da muss ich nicht vorher über den Job denken. Da muss ich die Sekunde, wo ich das Knöpflin drücke und nicht mehr online bin für Calls, muss ich auch nicht mehr an den Job denken. Sondern das ist der Bereich, wo ich komme, ich mache mein Ding. Und ab dem Moment, wo ich das Knöpflin gedrückt habe, habe ich meine Freizeit. Und die habe ich mir so gestaltet. Und dann gibt es irgendwie keine Ahnung, Feueroberbier, dann gibt es Wanderungen am Wochenende. Und so weiter und so fort. Und das habe ich auch immer ein bisschen beneiden, weil ich gemerkt habe, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Aber irgendwie fände ich es auch geil. Irgendwie fände ich das noch ein schönes Leben. Weil, Care-Seite, jetzt in meinem Beruf zum Beispiel, Privatleben ist schwieriger planbar, Klassiker, wie immer alle erzählen, viel Hochzeiten verpasst, viel Geburtstag verpasst, soziales Leben muss man sehr aktiv... Ich muss meinen Kollegen immer sagen, auch wenn ich zehnmal abgesagt habe, frage ich euch elfmal, wenn ihr geht essen. Also irgendwann klappt es wieder, bla bla bla. So, und trotzdem würde ich es nicht anders wollen. Und das ist wirklich einfach, das ist so eine Typ-Frage. Ja, genau. Die Typ-Frage ist eigentlich perfekt. Ja. Du bist der Typ, der das perfekt ist für das. Weil jemand, der das nicht könnte, der macht das auch nicht. Richtig, die sind dann irgendwann wieder weg. Das ist so. Man muss für alle verschiedenen Bereiche gemacht sein. Irgendwie, keine Ahnung, genetisch, einstellungsmässig, eben, es muss irgendwie die richtigen Einflüsse geben haben. Lehrer, wie du vorher gesagt hast. Ich meine, die Steinerschule ist das einten gewesen, aber als ich in der OSB, wie es damals geheißen hat, Orientierungsschule, bin ich nicht gewesen. Ich bin so schlecht in dem, ich will mich seit Ewigkeiten mal irgendwie bei dem Lehrer melden. Ich will dann mal einen Brief schreiben und irgendwie Danke sagen. Irgendwie so. Mein damaliger Klassenlehrer, Deutsch und Geschichte. Dort habe ich Geschichte noch geil gefunden. Im Gymni habe ich es dann super scheiße gefunden, wegen dem Lehrer dort. Und jetzt finde ich es wieder geil, weil Janik hat ja Geschichte studiert. Und der dort, der Lehrer damals, der Herr Giger, so ein bisschen Conan. Oh. Ja. Wahrscheinlich finde ich darum Conan auch so geil. Irgendwie so ein grosser, rothaariger Dude gesehen. Sehr animiert, etwa wenn er zum Beispiel Geschichte irgendwie, ich weiss noch Ägypten, das weiss ich noch bis heute, hat er wie so ein Theaterstück gemacht. Und es von Ägypten gehabt hat. Und irgendwie erzählt hat, wie dann irgendwie die Einten gekommen sind und irgendwie haben wollte das Land nehmen und so. Es ist ein geiles Gesicht. Richtig geil gesehen. Ich habe meine Leidenschaft gesehen. Das hast du gemerkt. Mega. Und ich bin ja absoluter Basketball Kopf gewesen. Und ich habe ja Basketball über alles geliebt. Und ich wollte nur Basketball spielen. Die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, ich werde der nächste Michael Jordan. Und ich habe mir behauptet, ich gehe in die NBA. Und weisst du so. Und ich habe dort schon Training gehabt. Bei Junioren 3. Ja. Zevi riechen. Oh. Sind die gut? Pff. Okay gesehen. Gut. Und ich habe immer am Mittwoch Training gehabt. Und dann haben wir ein Freiwalfach nehmen können. Und ein Freiwalfach hätte es gerne Basketball. Uh. Und ich so. Voll geil. Das war aber auch am Mittwoch gewesen. Jetzt habe ich am Mittwoch Nachmittag Freiwalfach Basketball gehabt. Und nachher musste ich ins Training für das richtige Basketball sozusagen. Und ich war dann immer so ein bisschen am Arsch gewesen. Okay. Weil der acht Stunden Basketball gespielt hat oder? Ja vier. Vier. Also er hat sich schon dort gezeigt. Zum Beispiel. Ich bin glaube ich nicht gemacht gewesen für einen Sportler. Okay. Weil es kann eigentlich nicht sein, dass wenn du an einem Tag zwei Trainings hast. Dann sagst du. Boah. Ich bin ein bisschen erschöpft. Ich weiss. So einfach gegen Zwölfjährige. Wahrscheinlich mein. Sauf weniger Red Bull. Vielleicht ist es das. Auf jeden Fall. Nach ein paar Wochen habe ich gewusst, das geht nicht. Und dann bin ich zu meinem Klassenlehrer und habe gesagt. Es geht nicht mit dem Basketball und so. Und ich weiss noch genau, wie er so dort am Tisch gesessen ist. Und mich so angeschaut hat. Und genau. Und ich habe gesagt. Ich weiss nicht, was ich sonst nennen soll. Es interessiert mich nicht. Ich will eigentlich nichts anderes machen als Basketball. Und alle anderen Freiwalfacher. Das hast du schon mehr geigelt. Ja. Und er sitzt dort. Und er hatte so eine kleine Brille. Und dann schaute er mich so an. Und ich schaute die Liste an oder so. Und er sagte so. Mach mal Theater. Uff. Ja. Und ich so. Mein Vater hat Theater gespielt. Mein Stiefmann hat Theater gespielt. Das hat mich so nicht interessiert. Ich hatte so keinen Bock auf das. Ich so. Nein. Und dann so. Ich gehe einfach einmal vorbei. Der Herr Müller. Auch ein geiles hier. Herr Müller ist ein toller Typ. Du gehst einfach mal eine Stunde schauen. Und er sagt irgendwie so. Ich glaube das wäre etwas für dich. Und einfach schon nur weil er das gesagt hat. Und ich irgendwie respektiert habe. Weisst du. In dem still. Hat mir das schon so ein bisschen Impuls gegeben. Dass ich gefunden habe. Okay. So. Und dann gehe ich in den Theater. Freiwahlfach Kurs. Und. Die erste Stunde ist irgendwie. Alle. Nehmen irgendein Objekt. Was sie dabei haben. Und vier jetzt etwas vor mit dem. Irgendein Gegenstand. Wo die dabei haben. Ja. Und ich habe nicht CD Player dabei gehabt. Und dann habe ich wieder so einen fucking Clown Sketch gemacht. Das ist jetzt wirklich. Das ist die rote Fahne. Absolut. Du hast noch einen Moment gehabt. In deiner Jugend. Wo du gewusst hast. Es ist dort halt so. Dort habe ich wirklich gewusst. Okay. Theater ist es. Ja. Weil. Ich habe dort noch nicht klar formulieren. Was ich will machen. Aber genau in der Zeit habe ich auch Mittermeier entdeckt. Und. So. Oder. Und eben. Es ist eine Verkettung von ganz vielen Ereignissen. Und es ist sicher auch. Irgendwie. Etwas. Wo. Von Grund auf Schwein mitgegeben wird. Und so. Aber. Schlussendlich ist ein grosser Teil gewesen. Dass der. Herr Giger. Eben. Bei mir gesehen hat. Hm. War es eher. So. Und. Und dann auch auf das gepuscht hat. Das ist das was ich gesagt habe. Lehrer sind so wichtig. Absolut. Weil. Wenn du einfach Pech hast. Jetzt nie Herr Giger. Aber ich. Ich glaube. In fast jeder Schulkarriere. Sofern man das bei mir überhaupt so nennen. Ähm. Glaub ich schon. Es gibt immer. Eben. Und das reicht. Es braucht eigentlich. Eben. Das ist so krass. Weil. Ich meine. Wie viele Lehrer hat man in einer. In einer Schullaufbahn. Ja. Wenn man nicht abbricht. Schon viel. Ja. Auch wenn man abbricht. Hat man ja gleich neun Jahre mindestens gemacht. Oder. Ja. Neun. Egal. Ja. Eine gewisse Anzahl. Ja. Sagen wir mal so. Drei mal drei. Das ist ein Bastard. Neun. Yeah. Wurzeln von. Bravo. Neun. Das ist drei. Ja. Und alle. Genau. Ja. Dann ist mir bewusst. Hey. Wo ist das entstanden. Ja. 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 auf diese Seite. Ja. 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 Du bist ja auch immer mit der Zeit immer wie bunter. Genau. Farbiger, blümiger und ein bisschen zurecht gerückt. Ja. Einfach auch Storytelling mässig ist besser manchmal, dass man es ein bisschen anders erzählt. Absolut. Stand Up ist das Essenz von dem. Ja. Ich wollte das eigentlich sagen. Das ist eigentlich dein Beruf. Genau. Ist eine Geschichte zu erzählen. Das musst du ja am Schluss. Du musst ja am Schluss einfach eine gute Geschichte erzählen. Es interessiert nicht einmal. es ist jetzt es ist immer ich sage immer 85 prozent sind war aber wenn 85 ja aber so viel das ist das leben ist eigentlich lustig genau oder wird das gesagt charlie chaplin das leben ist tragödie ja wenn man einen zoomt aber kommen die genau wenn man aus absolut das ist also regeln bei passersprichwort tragödie plus zeit ist komödie so sache ja und ja ich mein standard schlussendlich ist ja man ist in irgendeiner art und weiss regisseur oder wie will man sagen mensch wie es geld es ist ja eigentlich über welche geschichten im leben sind die wo sich lohnen auf der bühne zu erzählen dass es hoffentlich ein lustiges erlebnis und ein bisschen gemeinschaftsgefühl gibt so das ist eigentlich das wo man macht dann gibt es noch technik geht dass das hoffentlich auch wirklich lustig ist aber es ist mehr auspicken aber dann vollkommen stand up nicht lernen zu einem gewissen grad ja zu einem gewissen grad nein natürlich kannst techniken lehren es gibt bücher du kannst du kannst gags du kannst lehren wie man online schreibt genau der technik genau ja aber aus finden beziehungsweise fokussieren was ja gute geschichte können sie das ist ja unbewusst glaube ich ja also nein ich glaube es nicht und ich bin mir hundert prozent sicher dass du es unbewusst macht mit einer hunderttausend mal wo wir zusammen gehen gewisse sachen passieren und im unterbewusstsein und andere sachen ich mache mir immer notiz wenn ich das gefühl hat das könnte bis sie so und dann ist zwei stichwörter und dann ist die geschichte story die person hat mich mal besucht kann jetzt gerade aufgeschrieben zum beispiel ja die person aus england hat mich mal besucht und alles was passiert ist weiß ich nicht im kopf das heisst das schreibe ich nicht auf aber dann durchs quasi wie wenn es nicht von allein hebt sage ich als ächte geschichte du es denn wie so weißt das ist das talent denen so drehen dass es ein punchline hat oder ja okay also es ist zum teil wirklich einfach wie will ich sagen es ist zum teil einfach logistisch ist eine entscheidung also zum beispiel kannst du erinnern das bit wo ich gemacht habe vom autounfall wo ich wo ich in einem uber sitz und überfahrt beachte geschichte genau so und eigentlich ist es ist im letzten achtung im stand auf ist gratis und in voller länge auf youtube zu sehen genau die ganze geschichte stimmt aber alles alles stimmt in der geschichte so alles stimmt in der geschichte ausser der schluss und der schluss das ist ein rein logistischer entscheid die geschichte ich muss nicht ich muss ich will in so einem alkoholtester bloße weil ich bin ja noch beifahrer gesehen ich darf ja drunken haben lalala es nimmt mir wunder wie viele habe er gibt mir so eine gerät weil er nicht der typ ist der polizist und ich bloß 0,01 und sage ihm oh das heisst ich hätte noch können als neulanker heifahren obwohl ich bis etwas trunken habe und was in wort gesagt hat ist als antwort ciao leben so das hat in basel und umgebung gilt wenn ich weiter bin habe ich gemerkt an gewissen nord in der schweiz verstehen leute den ausdruck nicht hat sich vielleicht wieder geändert spruch ist sehr schnelllebig ist aber sehr auch in basel ja produkt und es ist auch gerade in der zeit ist das wirklich oft gesagt worden viele leute haben sich das gesagt einfach so zu wird schüsch aber das ist ja genau so oder und darum es ist so ein bisschen ein zeitstempel ein bisschen kultur phänomen in dem moment so und und darum habe ich dann das eben umgeschrieben ist so blöd dann habe ich einfach irgendwie in zürich oder keine ahnung wo ich gespielt habe ich dann so denke ich kann jetzt nicht tschau leben sagen aber ich muss ja irgendwie die geschichte aufhören und dann habe ich einfach gesagt alter du bist richtig kaputt so will einfach der effekt ist der gleiche er spielt rolle von einem polizisten natürlich schon polizist aber dort ist quasi so elevaten das ist quasi meine beobachtung gesehen von dem ganzen und dass er dort aus der rolle geht und mir wie privat etwas sagt so das ist eigentlich aber das ist zum beispiel auch etwas oder das ist wie das ist die berufe geschichte so erzählen dass sie im basel funktioniert ja aber in bern funktioniert genau darum das sage ich das sage ich das meine mit logistisch jetzt sind wir völlig haben uns verloren in das stand-up ja wie so oft wir gehen gerade weg davon aber schlussendlich ist es ist es genau das ich meine die geschichte aussortieren ich meine mir haben wir zusammen stand-up erarbeitet für die und das ist genau das ich habe gesagt erzähl mal und dann ist wirklich gesehen was ich gefunden habe das könnte lustig sein das könnte lustig sein das haben wir rausgepickt und das haben wir dann bitte rausgemacht oder wo kann ich mir erinnern ja das habe ich wirklich den tani wie immer ich habe ja lampenfieber und bühne und das weiss ich wo mit zwungen hast das zu machen habe ich wie das gefühl habe ich habe fünf minuten geredet und nachher das muss feil zeigt wo wie lange sie ist 15 20 20 22 minuten und ich denke und dort habe ich gemerkt dass er gesagt das ist ganz besonders das ist einfach eine geschichte erzählen wie er nicht wie am stammtisch aber wie wenn du es mit dem kollegen lachen will also das ist wirklich mein lieblingswitz das ist eben zum beispiel ein witz wo wir dann geschrieben haben oder das ist einer wo man technisch kann er ist gesehen wo man die vater beschrieben haben und sagen klassisch italianer schnauze gold kettet die diabetes das ist ein klassischer one liner mit triple das heißt zwei worte sachen wo ein bild kreieren und dann sage ich etwas wo überhaupt nicht sichtbar ist aber wenn überraschung ist aber ja ich sage das wirklich sehr gerne gemacht dort hast du du zum beispiel etwas aufgemacht wo ich nicht gewusst habe da bist du mein lehrer gewesen wie primar lehrer der kürzer ging da wo wieder geschrieben was ich kann mal ich kann mal im jungen studiert an komödie therapie weil ich das gefühl habe komödie wenn man es macht ist extrem therapeutisch aber nicht so lach yoga sachen nein nein nicht nicht kamen goglin ok kleine seiten bemerkungen kamen goglin ist auf cameo oder was ich einfach denen die apps wo man quasi bekannte leute kann buchen dass sie in den grüssen schicken oder so also happy birthday matthias zum ja genau genau kollege von mir hat das mal gemacht für kollege von uns zu seinem geburtstag mit einem verteidiger king also manchmal kann man dort kann man geld verdienen mit dem ja logisch was ja logisch weisst wie viele sachen ich auf instagram schon geschickt einfach so also ich sage jetzt keine namen aber es gibt auch in der schweiz ein paar wo man wenn man auf die webseite gut steht falls du grüssen willst es kostet so und so viel auch im merch shop zum beispiel wo ich habe bb sind ein paar andere dabei wir machen das wahrscheinlich auch irgendwann ja irgendwann sollte man vielleicht auch wo nicht viel es geht mehr darum es geht mehr darum dass es eine wert hätte genau das ist eine kleine wertigkeit kriegt kann man halt für gewissen betrag haben eine grössbotschaft kaufen so und dann gibt es natürlich webseite gehen wir auf cameo ich glaube kommen oder so whatever und es gibt dann halt auch irgendwie duchy davor und so weiter und so fort oder und dann bin ein kollege jetzt mal gemacht mit einem verteidiger king der garrett ist noch wenn er heißt und nach so irgendwie in florida auf so eine jetski ist und sagt hey matthias i want to wish you a happy birthday come come around to florida we'll ride some jetskis together wuhooo weißt du ja matthias als antin von der tour habe ich immer eins geschenkt vom chael sonnen der chael sonnen ist ein mma fighter gesehen und jetzt immer noch halt ein pandit sozusagen kommentator etc so dann hast du halt eben bekannter je weniger bekannte leute tatsächlich und auf jeden fall gibt es die karmengoglin die ist aber glaube ich nicht bei die ist glaube ich nicht bei cameo sondern halt übrigens eine deutsche die lachtante das lachmotorrad sie hat seit 15 jahren nicht mehr acht gelachen sie ist die toten augen und ich bin lachtrainerin lachen hat sehr viele gesundheitliche vorteile auf jeden fall die kann man auch buchen und man kann für für firmen also business was kostet es natürlich mehr dass sie dann wie eine werbung macht wenn ich sehe es kostet 500 euro oder so und dann habe ich mir überlegt für minitour dass ich das ich 500 euro halt ausgebe quasi kleines werbeinvestment und dem video von carmen goglin hat muss ich sagen geht die show zero von joel von mutzen welcher schauen also ich mache den richtig so da könnt ihr lachen da könnt ihr durchlachen zero lachen sollt ihr es noch machen irgendwann mache ich das vielleicht noch aber auch schon nur als erinnerung das wäre es mir schon wert ich fand es aber schon geil aber ja stand up therapie ja genau klammer zugemacht comedy therapie in irgendeine art und weiss dass man ist bei mir der effekt gesehen und ich glaube ganz vielen anderen auch dass wenn man halt eben über wie das halt eben so ist tragödie zeit komödie und so weiter und so fort dass man über irgendwelche ereignisse in seinem leben zurückdenkt und die halt nochmal verarbeitet will man macht sich dann halt nochmal gedanken über das erlebnis man probiert das irgendwie lustig an zu kriegen und das hat eine therapeutische wirkung man hat sich gedanken gemacht so etwas es ist wie kognitive therapie oder du überlegst dir wie habe ich mich damals gefühlt wie fühle ich mich jetzt wie kann ich das in irgendwie lustiger kontext bringen und so weiter und fort und irgendwie gerade kürzlich hat irgendwer mail geschrieben dass sie das noch für eine gute idee fände ich sehe momentan keine kapazität keine zeit und und aber wann wird das ist ja dann der punkt dann war es wirklich für menschen wo ich sage jetzt nicht wo fix in therapie wann gehen oder so sondern es ist es ist mir so es ist ein kleines verarbeitungs coaching dass man einfach wie so ein tool mehr hat wie verarbeitet gewisse sachen wenn irgendetwas es gibt nämlich geile sicht wie es mit der zeit als comedian das hat beschreibt mal beschreibt mal einen schlimmen tag für die beschreibt mal etwas wo irgendwie alles schief geht vor dem molar mit dem auto irgendwie du kannst dich aufladen bleibst du auf der autobahn oder abergläubisch sorge das heißt du kannst jetzt auch nicht du kannst jetzt eine improspiele dir vorstellen was schlimmes könnte passieren also ganze heisse 42 grad sommer tag das ist horror für mich also füllen wir dort an oder das reicht eigentlich das reicht schon gut okay es wird wenig speziell also ich schwitze die ganze ja aber ist jetzt das kann ja öfters passieren aber sagen es passiert dir wirklich etwas was sonst nicht passiert dann hast in 99,9 prozent von den fällen hast menschen wo dann einfach finden ah fuck und irgendwie wieso passiert das mir und scheisse und irgendwie fort noch katastrophisieren und es wird alles schlimmer so und comedians sind in dem moment und so könnt ihr vielleicht erzählen das heisst irgendwie vor der art von verarbeitung und therapie folgt schon in dem moment an weil man auf sich so eine sichtweise ein bisschen antrainiert hat und sie halt auch grundsätzlich schon hat das ist ja basiert du kannst ja gar nicht ändern genau ich kann das irgendwie brauchen so und und das das hilft glaube schon so für das grundsätzliche leben so ein bisschen durchs leben zu gehen und es fährt schon im freundes kreis an das ist jetzt schon achtung die erste stunde von der comedy therapie wenn auch etwas schlimmes passiert dass man dann sagt oh mein gott ich kann es kaum erwarten dass meine besten freunde freundinnen meiner familie äh mein partner meiner partnerin was auch immer irgendjemand im umfang ich kann es kaum erwarten dass hoffentlich lustig zu erzählen dass die etwas davon haben dass eben quasi in dem leid wo du ihnen erzählst sie auch irgendetwas wieder erkennen und das denn der effekt gibt vor oder muss ich lachen habe ich kann bei einem meiner schlimmsten privat auftritt ever alles schief gelaufen wirklich eben per definition von aussen gesehen würde sagen schrecklich eine lustige geschichte und ich habe es keine sekunde schlimm gefunden weder wo ich dort gewesen bin noch nach hat ich bin nachher dann ins auto gesessen hat meine damalige freundin angelüttet die tränen gelachen nachher bin ich bin ich auf zürich gefahren in mein wegezimmer dort sind dann die anderen zwei heiko mit meine ex mitbewohnerin und ihrer freund und einfach schon gewusst gesagt bei mir glas wie gesagt sitze da nicht erzähle ich jetzt etwas beide tränen gelachen und und für mich ist das schon gegessen gesehen habe ich schon gefreut habe ich die geschichte im podcast ein paar mal erzählt war es so schafft schon ja eigentlich ja es ist eigentlich sehr schön wie man quasi aus etwas negativ etwas positives genau zieht genau aber also jetzt geht man sich jetzt als business denken die leute wo nicht lustig sind ja das gibt es ja klar ist das geschmackssache die würde sich die würde sich nicht anmelden aha wahrscheinlich mein okay aber ich habe jetzt zum beispiel denken wenn eine firma die buch zum die leute wo sie haben die abteilung ja ja also ich sage es noch mal ich gebe gerne die idee weiter ich habe persönlich kein interesse das zu machen es ist viel zu viel aufwendig und ich tue lieber einfach selber auftreten aber der drop macht jetzt so eine art humor workshop und ich glaube das gruppe sind die richtung aber ich sehe es auf das ich sehe es auf das sinnvoll ich kann mir vorstellen dass das wirklich vielen leute etwas wird bringen so ja ich weiß jetzt nicht wie es ist in einer in einer firma mein gott freunders in beatboxer in firmen und haben andere beatboxen auch weil es ein gemeinschaftsgefühl ja also was wir kennen beide so eine was ich meine es gibt ja wenn ich mir vorgestellt habe in irgend so eine weiss ich auch nicht sbb wird er geheißen andreas meyer weißt du wenn der dort in den talen hockt ja weißt du so keine ahnung ob das wirklich etwas bringt bringt ist auch egal durchsorge oder muss ich mir jetzt ein bisschen rote krawatte lockere putze katze putze katze ich sehe einfach keine ahnung du kannst alles kannst alles in der firma verkaufen wenn sie das gefühl haben das ist jetzt ich habe ich gerade i don't know ja aber ja aber ja das könnte wirklich ein business sein ja so wie sind wir auf das gehören wegen irgendwie weiss es nicht lehrer wir haben uns schon ein paar mal verloren heute ja wir sind immer zurückgekommen wir sind immer zurück bisher stolz sind am podcast dass man eigentlich immer irgendwie alles abschließt wo irgendwie besprochen worden ist finde ich noch wichtig ich habe hunderttausend folge hätte ich gar zu 100.000 sachen wo du auf erzählt ist aber ich habe extra nicht weil jetzt das in der interview irgendwie aussorten oder so nein das kann ich nicht machen was das ist zum beispiel auch etwas wo ich mir angeeignet habe ich habe immer wenn ich in konversationen bin habe ich so viele fragen und ich habe dann aber oft gemerkt das ist so wie manchmal auch störend und so und es ist so soll ich das sagen nicht angebracht was für situation was ist die frage ich habe in meinem kopf mega viel frage ich bin sehr neugierig ja ich stelle sie daneben meistens aber ich habe nicht so viele kollegen vielleicht gewisse weise wo ich nicht stelle ja 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 und dann denkst du ja ja aber eigentlich eigentlich sollte man eigentlich ja das stimmt aber auch dort was das schlimmste was passieren kann man lebt ja gleich weiter nach ja ja aber ich bin eben nicht so ich bin ich kann zwar nicht rechnen aber ich bin sehr empathisch ja und dann will ich wie nicht öppelin in eine situation bringen weißt wo er denn nicht hätte weil sie das verstanden ich habe dort ich habe dort gemerkt dass ich zum teil ein bisschen muss aufhören probieren für andere leute zu denken sondern lieber lieber spielt mit dem ball ihnen zu und schaue dann was sie damit machen ja aber ich schaffe mega daran also es ist nicht so als wäre das wäre das bei mir jetzt davon so gelöst nur wie ich den gedanken kann aber ich habe gemerkt oft probiert man fast zu fest ich zumindest fast fest für andere leute mitzudenken und eben so ohne aber wenn ich jetzt das dann denkt die person von mir was bist du für taktlose oder weiss keine ahnung was ja ja aber das ist wie mit blöden schach gedanken spieler so wie mit leuten wo nicht zuhören ja einfach losse aber nicht zu losse und denen reden sie und sie machen einfach wie du antwort ist und es ist wie sie machen dann einfach wieder genau das ist so anstrengend ja weil du denkst hast du zu gelöst was ich dir gerade gesagt oder willst du redest einfach die die kassette genau und das das ist auch etwas wo ich dann glaube mein gott dann kannst du sagen was du willst das ist die halt ist gar nicht auf das ist schon anstrengend also zu losse zu los und den antworten ist leider nicht für alle definitiv definitiv und ich meine das ist zum beispiel etwas im radio wo man wo man sehr schnell gemerkt hat merke ich auch noch die baumal wo ich jetzt irgendwie noch zu gast bin die leute an ihre fünf roger ohne und dann stelle ich dir froh und du kannst wirklich sagen was du willst also es ist gar interessant ist aber skit genau kannst du sagen ich bin und ich bin nord korea gesehen und mehr und in dem letzten programm stand auf so und denken die leute wo sagen aber es wirklich bis nach korea gesehen wow boom und den von schafen reden genau ja das kann nicht jeder reden nein das ist ja auch nach wie vor etwas von den sachen wo will ich sagen wo glaube ich nicht einfacher wird es gibt es ein paar sachen weil wir jetzt zum beispiel auf social media youtube reels keine ahnung was ja können viele leute sich präsentieren sie haben aber den vorteil dass sie immer können stopp drücken sie können normal wo sie können pause drücken und sie können nach dem schnitt zum cut machen und wieder zum cut aus und so weiter und so fort das heißt sie können einzelne sets reden aber sie können jetzt nicht zehn minuten am stück reden darum sage ich glaube heute dass das noch nicht wirklich einfacher worden ist es ist schneller worden du kannst schneller ein message überbringen ja du willst aber es ist oberflächlich das neben die die wo ihre kassetten haben das abspülen das wegnehmen wo sie nicht werden obwohl es authentisch aussieht ja ja ist es denn trotzdem in echt eigentlich und das finde ich dann immer so mega komisch ich finde ich finde auch faszinierend dass zum beispiel große hollywood stars bei irgendwelchen award shows wie sie erzählen sie können sie können fast nicht manchmal können sie es ja wirklich nicht auch wenn sie jetzt kein preis gewinnen wenn sie zum beispiel nur laudatio halten und etwas präsentieren sie können nicht irgendwie vor leute stehen und öffentlich reden obwohl sie riesen stars sind wo in blockbuster wo weiss ich wie viel hundert millionen kosten mitspielen sie aber dort ihres umfeld haben wo sie sich wohlfühlen dort sind auch leute aber es hat irgendwie noch kameras und man macht dort eben der job wo wir irgendwie machen und die haben schwierigkeiten öffentlich zu reden fühlen sich unwohl und so weiter und so fort finde ich extrem faszinierend und an dem sieht man ein bisschen so das ist doch jetzt old school leute wie in unserem beruf oder allgemein die können einfach reden du merkst es dass sie weißt du kannst sie es ist schwierig sie irgendwie aufs glatteis zu bringen weil sie kommen immer irgendwie wieder raus weil sie einfach daran gewöhnt sind dass sie ein art und weiss entwickelt werden wie sie mit ihr kommunizieren ja und eben nicht die ich schneide alles hause wo genau nicht klappt sondern die okay jetzt habe ich das gesagt wie komme ich da wieder wieder hause ja und das ist halt schon die wo heutzutage viel videos machen und zugs und sache und das ist auch mega lustig so wenn du mal eine virale hit hast du weiss auch nicht was du erreicht hast und dann redest mit der und denkst du siehst du in die figur und denkst du oh wow das ist mega cool dann trifft schon vielleicht irgendwann wenn man event und dann ist oh mein gott was wirklich also es ist mir schon paar mal jetzt passiert ja und ich denke ich was was wir was macht was was ist mit dir du bist ja gar nicht so wie du dich ist und dann ist natürlich klar dass wenn du die in situation hineinversetzt ist wie sie die sachen aufnehmen genau allein daheim mit der kamera weißt du musst wo keine das ist das paradoxe es ist du machst du bist lustig was du lustig findest du aber nie würdest vor publikum können so machen also wenn sie das gleiche video wird aufnehmen und hinten dran waren vierzig leute könnten sie es nicht so offen ja und das verstanden nicht will du post ist denn dann hat es ein million views weißt du das ist wie das gut nicht in den kopf hinein wieso kannst du das nicht und antwort ist eine typfrage typfrage und andere habe ich zum beispiel eben beim stand-up und ich merke dort hast du einfach direkte feedback weißt du weißt du weißt wenn du so ein video machst dann post ist und dann denkst du es ist lustig ja und antwort er hätte so das hätte nicht du kannst aber am schluss nicht einmal genau erklären wieso wenn genau wenn das video 30 sekunden ist du weißt nicht was von denen 30 sekunden jetzt effektiv zurückführt hat dass die leute leiten das ist scheren dass es viral geht du weißt nicht einmal warum es viral geht es ist irgendwie gar nicht gesagt genug likes in einer gewissen zeit zu einer anzahl views und richtige moment genau so und du weißt nicht einmal denen warum jetzt genau so oder mit der zeit wenn du wenn du dich wirklich damit beschäftigt kannst du herausfinden ich meine ich bin fasziniert von guten youtuber ja für die mega geil war es so irgendwie wasser kann ich das wie heißt es ist sideman beta squad mr beast und all das zeug sei da und die haben natürlich schon sehr starkes spür alle wurden irgendwie mitwirken und wissen okay keine ahnung wenn mr beast mäßig wenn man viel geld verschenkt und irgendwie sonst sachen verschenkt irgendwie bis grosses kauft wo man dann verlost und so weiter und so fort das aktiviert das aktiviert das aktiviert und man lernt natürlich auch wie das gut gemacht ist und sich geil geschnitten und gut inszeniert so aber stand up ist dann effektiv du weißt auch bei denen 30 sekunden wenn du dich damit auseinandersetzt ist weisst du weisst dann okay der teil das ist da wo sie stark reagieren der teil das ist glaube gar nicht so wichtig nimmst du ihn raus merkst du oh shit aber dann können sie nachher nicht mehr so stark also es ist das konstante es ist das konstante raus spüren und fühlen und und testen genau was was klappt und was wird und eben im stand of the bühne oder eben wenn es mit publikum macht ja hast du es direkt genau obwohl du es nur vom publikum weisst vielleicht findet das publikum die menschen oder das ist schländlich geschmackssache finden das gerade lustig absolut das ist das ist das nächste das ist das nächste das funktioniert jetzt der kernig beim open mic in der langstrasse funktioniert das bombe bei der bei der alten banker am weihnachtsessen weniger und das ist genau das ja genau das ist genau das wo du sagst welche leute wo es so viel gerne auf das instagram und tik tok und so und likes und bla 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 mit den videos was sie gemacht haben und sagen oh mein gott ich bin nicht lustig aber vielleicht bist du einfach den in dem moment mit dem clip nicht lustig sie oder hast irgendwie etwas gemacht wo nicht mega vielen gefallen hat aber nur ein paar und das verstand das ist wie das wo ich sage das verstand ich nicht was ist so schnell und du schnitt ist das hause wo die eigentlich authentisch macht also fehler oder eben ja mal ein bisschen mensch eine menschliche seite zeigt und noch etwas hässig oder enttäuscht dass die leute es gefällt oder eben weniger gefällt ja ja und es ist natürlich es ist natürlich auch eine sehr ungesunde währung dass du das in zahlen auf die alu ist das ist sowieso bis jetzt kannst du die leute weg also jetzt sollte sie debaar habe sie nicht mehr jahre oder kannst du find so ganz likes ja aber ich meine also zum beispiel haben wir ein ipod habe ich gemacht mit dem band red oder wirklich irgendwie erzählt ich weiß nicht was aber es ist eine absurde zahl sind wie kann ich wenn in der ersten viertelstunde das ding nicht du sie 2000 likes kann hat nachdem es postet hat hat er es wieder gelöscht so will es im vergleich zu den anderen posts wie zu wenig aber hat performen was jetzt so das macht dich super kaputt man sagt mit verschiedenen leuten bei spotify hast du auch zahlen wie oft ein lied gelöst worden ist definiert das jetzt ob das lied besser oder schlechter ist als das wo weniger oft gelöst worden ist wie apple music ist das nicht wie apple music ist nur top titel da kannst du quasi weiss okay das lied ist mehr gelöst worden aber du weisst nicht in welchem ausmachst du weisst nicht ob es fünf millionen listens hat oder ob es auf der tausend hat und es wäre auch egal aber ich meine sobald alles mit der zahl definiert wird super schwierig das ist ja eben das ist ja genau das geschmackssache wo mit der zahl definiert werden ist schwierig zum einordnen absolut das also wie willst du das wie willst du es machen also mein geschmack weiss eben wir findet nicht jeder lustig die er nicht weisst es ist so wie wegen dem muss ich aufhören bis zu machen wo vielleicht mehr spass macht weiss oder so zwei leute mehr gesagt haben ich bin nicht lustig für sie ja ich habe jetzt momentan so ein bisschen so sekundes wo wir schreiben dass ich in ihrem namen sachen mache wo nicht und ich nicht soll mache ich tut der ganze italien die ganze italienische community tun ich in den dreck ziehen ja und jetzt muss ich aufhören weil der irgendwie das weiss das geschrieben hat ja ja so aber es gibt natürlich schwierig ich kenne viele leute wo das wo das denen mega ernst nehmen was wo denen wirklich so die trolls ernst nehmen und vielleicht aufhören oder wirklich in ein loch käme also das ist ja das schlimmste was kann passieren oh mein gott das fällt mir immer ich bin meine es ist logisch habe bekommen die und social media und keine ahnung was oder das immer irgendwie mal negative negative kommentare kommen und grüße beschäftigen mehr und andere weniger und grüße lügen sie nicht mehr und so weiter und so fort aber was mir immer einfällt ich bedrive to survive gibt es in der einten folge der valteri valteri botas ja vom lines doku auf netflix zur klarstellung und und zu der zeit ist er ist der zweite fahrer bei mercedes erste fahrer ist louis hamilton gewinnt die ganze zeit ist immer weltmeister super boring und und dann gibt es ein szenen wo noch am morgen tisch ist und als so pisst und hassig weil ein kommentar wo irgendein geschrieben hat du bist nur das nummer zwei du wirst nie schaffen und so weiter und du denkst der typ fliegt mit dem privat chat über also wenn jetzt das als definition nimmst vor erfolg er ist in einem von der besten form line teams verdient sich verdient sich der hals voll und so weiter und und irgendein irgendein chips ässende vollidiot hockt daheim vor seinem drehbildschirm und es trifft denn und es holt denn dass er dass er nicht kann pennen das seite glaub ich kann ich kann nicht können pennen weil ich gestern so einen kommentar gesehen habe und dann irgendwann da gefahrte ich auf polen und ist mega happy und findet ich kann es denen wieder gezeigt das ist genau das verrückte von und das ist ja super abartig und das denke ich immer wieder der irgendein formel 1 fahrer wegen einem kommentar kann er nicht pennen und du bist eben das was du vorher gesagt hast wenn du den erfolg gemisst ist also formel 1 fahrer es gibt 20 menschen auf der welt ja schon nur dass du dort fahrst ja impossible und und von denen 20 jetzten haben sicher 18 berechtigung dort zu fahren momentan ja also weißt du es ist ja wirklich auch verdient denn ja genau und es gibt noch ein paar andere wo es sind dürften könnten das sind skills also der pures talent ja also wirklich aber ich meine ich bin früher bin ich obsessed gesehen mit verkaufszahlen ticket verkauf ich habe immer gesagt das ist meine währung wirklich ja ich habe gesagt es ist egal wie viele follow ich auf instagram habe oder facebook damals noch verkaufszahlen das ist meine währung das ist meine währung vor der theater wurde genau ich bin obsessed mit dem oder und irgendwie so excel-listen machen mit ticket zahlen wenn und wenn mache ich immer noch einfach nicht ganz in so schnellen abstand aber es gibt immer wieder mal so alle zwei wochen gibt es wieder mal ein eintrag das einfach dabei kann sie okay wo sind wir etwa in der trajectory kann ich das wenn in zwei monaten show ist und jetzt etwa so viele tickets haben so dass halt einfach ein bisschen kannst wirtschaften und ein bisschen werbung kannst planen so sachen aber dort bin ich obsessed gesehen und dann hast du natürlich auch gemerkt was was ist das große problem du fährst dann auch auf einmal im verhaltens messen das heisst wenn ich jetzt zum beispiel kann ich sagen muss ich spiele nicht mehr vor hundert leute nennen wir in den ort solaturn danke bitte in solaturn dreimal drei in solaturn spiele ich vor viermal 25 leute dann würdest du jetzt einfach mal objektiv würdest sagen 100 leute in solaturn voll geil okay jetzt gehen wir in solaturn in ein 300er raum ein raum wo 300 leute platz hätten und es kommen 100 dann wird es auf einmal scheisse nur ein drittel voll das heisst der massstab wird sich auf einmal verändern nur aufgrund von der location so ein zeugs und ich habe gemerkt wie das so absolut mein kopf bummst dass sie das einfach nicht mehr machen das geht nicht und das kannst mit allen machen das kannst mit allen machen du kannst mit youtube views statistik google analytics für die nur webseite eben follower auf verschiedene social media plattform es sind alles zahlen und wenn man zahlen gern hat dann kann man sich in dem verlieren und bekam eben negativ obsesst werden damit und es ist einfach alles egal was aber ich meine vor allem es ist egal es ändert so wenig am ergebnis also wenn ich wenn ich ein klarer bisnesplan habe wenig show bewirb wie viel wie viel geld investiert wird auf eben aufgrund von der potenziellen anzahl von leute menschen logisch wenn du 500 rum hast dann lange nicht hundertstunden werbebudget sondern du musst meinen das ist das wo mich früher immer so genervt hat ein plakat aushang dass du sagst ja mega gemein weisst du kann jetzt fucking ecstasia erotik mass wo irgendwie 20.000 leute mit ihren grössigen griffeln zwei tagen lang in eine riesen halle gehen für die kostet werbung von der plakat gleich viel wie für mich wo ein show macht in einem theater wo 250 platz schulden in einer relation genau und damit dann muss ich dann einfach wie umgehen können muss ich einfach leben damit dass das so ist und das ist okay dann ist halt so und dann forschen bei art anpassen und wenn du ein budget plan hast und ein business plan wie du schon bewirbst dann sind alle die zahlen drum herum sind einfach nicht relevant sondern am schluss vom tag ist einfach meine einstellung muss ich dann sagen okay ich habe das gemacht wo ich habe können und da sind wir jetzt zu schauen wir was was geht egal wie es schlussendlich zahlen den usa kurs sind also was du verkauft hast zum beispiel oder oder nicht ja weil du tust ja aufgrund verdammt muss dann wieder reagieren also weiss ich habe es gibt kürzlich hat aber gefragt wie wir wie das funktioniert mit locations oder wie du überhaupt auf locations kunst blockations zu dir kommen und so weiter und so fort und am schluss vom tag gibt jetzt dann auch dort ganz klar erkenntnis wo du sagst hey aus irgendeinem grund an dem ort in der location matcht nicht sozusagen da haben jetzt dreimal probiert was man haben was wir haben können und es ist dreimal wirklich unterdurchschnittlich gut besucht gewesen dann gehen wir nicht mehr da okay aber du lässt es zuerst einmal performen also du testest schon wie meinst quasi mit den tickets du sagst doch kommen probieren ja klar eben also wie meinst testen du sagst okay komm doch du ist vielleicht tricky wäre schon ein bisschen kurz so her ja sagen probieren muss trotzdem genau weil es hätte ja schon ort gab wo du vorjahr und es kommen 30 leute ja und du denkst okay guter start gesehen weil einmal soll es immer machen und zweites mal soll es auch immer machen okay und dann gehst du zweitemal und dann sagst oh jetzt sind siebzig kommen okay also machen wir es weiter so und dann gehst du aber nebeneinander sagen jetzt kommen 20 und das nächste mal kommen zwölf jetzt ist denn okay 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 aber es ist interessant aber es ist aber erst dann erst dann beim ergebnis und der ganze weg da vorne alle die zahlen und züge und sachen eben auch social media werbung wir sind vorher zusammen mit dem auto da gefahren und ich hatte schnell gesagt social media werbung läuft alles gut dann bin ich happy ich muss alle zwei tage oder so muss drauf fliegen weil irgendwann ist werbung halt quasi wie ausgelutscht genau ist oft gezeigt worden es gibt keine klicks mehr etc und dennoch hat zahlst du auf einmal horrend viel geld für nicht weil sie es dann natürlich an mehr leute spielen dennoch hat wird das budget vergrösser wird und so weiter und so fort kommt natürlich an der fahr was die ist und auf einmal bestellen oh auf einmal hast 300 st für nicht ausgaben für werbung wird es dort gelaufen ist so dass man ist einfach bis unter kontrolle haben aber das ist je teil vom plan aber sich wahnsinnig machen mit all den zahlen darum um es ist einfach ungesund und dann geht es noch weiter wenn du dann anfangen ist achtung habe ich früher gemacht dazu kolini das früher gesagt ringle zellen ja dann gehst du einen saalplan und dann fahrrad eins zwei drei vier fünf ganz schlimm super erbarmlich du denkst du das ist die person wo dann auf der bühne steht und ich bin genau so einer gesehen oder wo du dann auf bin ich konnte was golds luzern oder keine ahnung wo du dann bist du oder und irgendwie drei tag fahrrad ist die personen keine ahnung eins am morgen vor dem bildschirm gesendet eins zwei es machte kaputt und noch schlimmer ist wenn du dann am gleichen ort und drei wochen spielt was rennet ausser sondern das kinder vor lügen wie es bei ihnen ist aber jetzt mache ich bin kaputt und wie bist du bist du bist du bist du bist also wie hast du wenn hast du entschieden dass du sagst das los jetzt nicht mehr mehr gibt nicht ein klaren moment aber ich habe wir irgendwann erkennt dass ich auf meinem eigenen weg bin so irgend irgend das ist glaube ich habe es bis gesehen es gibt es ein sprichwort wo heißt chase the dream not a competition und der hat immer so wie mir zurücksinnieren und sagen okay was hast du aber eigentlich wollen machen gehen wir zurück zu dem bub auf gegen im tram auto gespielt hat und so weiter und so fort eigentlich willst du vor leute stehen und so unterhalten und mein vater den teil dazu beitragen und claudio damals von von management wo ich so nicht die fk ha und noch mal etwas dazu beitragen sage ich noch grad ist einerseits gesehen mein vater wo ich eben irgendwie so genervt habe dass in baden nur gleich viele leute kosen wie letztes mal hat er gesagt das hat aber früher noch anders töten nicht so was wo du 16 sie bist will ich bescheid in der schule gesehen was macht man mit dem bub blablabla habe ich irgendwie gesagt eben noch nicht klar kann formulieren aber gesagt ich will in irgendeiner art und weise auf der bühne stehen und ich will menschen unterhalten ob das 30 sind oder 300 ist mir egal habe ich mit 16 gesagt ja mein vater hat sich an das erinnert und und hat mir das dann so wird zurück zitiert an ich so krass das ist ein punkt gesehen denen der claudio mit ihm irgendwann an gefahren und und ich habe so ein bisschen frust erzählt und dann hat auch das allererste wo er gesagt hat also das erste mal du kannst du voll haben und das ist ja so gesehen fast wie so eine blitz gesehen und so richtig trifft so alter was machst du dir eigentlich was machst du denn eigentlich für gedanken wenn du wenn schon eins von denen ultimativen goal eben von quasi man schafft nicht mehr und man überlebt den traum und man fortgelegt genau wieso wieso bist denn überhaupt mit so sachen und zufrieden so das sind die punkte gesehen denen auch dazu beitragen hat das ist jetzt alles sechs sieben jahren hat sogar der marco rima weil wo nichts ihm erzählt hat er gesagt habe ich keine ahnung ob es dir etwas hilft aber würdest du mal wählen bin er schon von mir auftreten und hat mich nach der pause im volkshaus zürich bei einem solo von ihm auftreten lassen vor 1000 irgendetwas leute und eben dort ist es nicht so gut gelaufen bei mir da habe ich wirklich oft zu 20 30 leute kann egal welche location und dort hast halt irgendwie 1000 irgendetwas und du spielst genau das gleiche wie du vor denen 20 30 leute machst und das hat mir so einen boost gegeben dass einfach wenn die leute da sind das kommt an das hat mich dann wieder wie motiviert das heißt ich muss mehr es ist nicht dass ich irgendwie schlechte komödie mache oder das ist das was mir folgt genau vorgesagt sondern ich definiere momentan wegen den zahlen definiere ich mich kaputt und das gefühl ich bin nicht erfolgreich aber künstlerisch in irgendeiner art und weise bin ich schon an einem guten punkt jetzt muss ich einfach noch schauen dass mehr leute kommen aber für das muss halt einfach weitermachen und aufhören ist eine option gesehen und und dann fällt mir noch 14 und ich den schenk kennengelernt hat hat er im im balz hat er seine allererste gage kriegt für komödie auftritt scheinbar seine gar nicht ersten auftritt gesehen und er hat effektiv cash in die hand kriegt zettel unterschreiben und er hat sich gefreut wie das kleinste kind oder gesagt oh mein gott lebe lang weiss ich eben wir machen irgendwie einfach so schiesstreck und erzählen leute irgendwelche blödsinn und so weiter und so fort und ich kann das jetzt auf der bühne können machen und ich komme nachher dabei und ich kriege sogar ich kriege sogar geld dafür und es hat mir so eindruck gemacht und ich bin einmal der typ gesehen und dann aber auf einmal verlierst du eben in dem zahlen und zu sachen und so und und maßstäbe wo du ihn selber kreierst wo ich überhaupt nicht relevant sind und alles zeugs oder und so ich sage jetzt geht ein moment aber es sind so paar leute und irgendwie eben so ein bisschen eine zeit und denen habe ich noch schnell und dann höre ich auf weil ich jetzt lang geredet und denen kommt auf einmal die kehrseite dann kommt auf einmal so eine fast selbstgefälligkeit das ist dann bei mir ein anderes problem gesehen dass dann halt so hey ich bin happy dass ich das kann machen und es ist alles gut und es ist alles easy und irgendwie bist ich sagen wir in soloturn 30 tickets verkauft das ist doch super so oder und du hast aber eben zum beispiel keine werbung gemacht du hast die gar nicht damit auseinander gesetzt nicht zahlen bolzen oder irgendwas und du hast die show bucht und dann kommen 30 leute ist doch okay hauptsache die wo kommen haben spass und so weiter und und denen muss halt wie so zwischen denen zwei welten musst du nicht mehr dazwischen was dir persönlich wohl ist musste ich kalibrieren und sagen wichtig ist dass ich im vorfeld alles mögliche unternehmen dass menschen kommen und dass wenn der tag x durch dass sie denne nicht mehr über das definieren entweder kaputt mache oder das gefühl habe ich die geilste wenn ausverkauft ist es ist eigentlich das entscheidendste ever weil ich meine ich kann einen zwanziger raum wenn ich jetzt zwanziger raum voll haben dann habe ich ausverkauft aber schon geiler war es wenn ich weil ich sonst in der stadt 100 hat was geil wenn ich auf 100 hat et cetera sei es auch nicht im in dem teil sich dann zu fest über das definieren sei es im vorfeld möglichst alles unternehmen dass man am tag x kann sagen hey ich habe gemacht was ich habe können was ist der stand folge dass die zwei weiter sich so ein bisschen ergänzen sage jetzt mal und aber so hat es vorhin noch lecker sie ist jetzt durch die testung aber zum beispiel die performance von der die ist immer gleich egal ob es 1000 sind oder 20 definier noch mehr also zum beispiel es spielt keine rolle weißt du wie wirklich der junge joel ja wo das der beruf einfach will machen unbedingt und auch herausgefunden hat dass er das will machen sie im leben ja spielt es denn auf der bühne wenn der tag x kund und du hast in meiner 50er saal nur 20 leute ist denn die performance auf deiner bühne für die 20 ja anders als wenn der saal voll war von der motivation her nein ok sie ist rein technisch ist sie ein bisschen anders weil du du spielst vor 20 natürlich anders als vor 1000 ok einfach zu will 20 ist ist halt etwas in teams ist es ist eine kleine community in dem moment wo sich formt wo auch alle sicher alle gesehen so das heisst natürlich spielstädte technisch gesehen anders die motivation die anja aber schon immer kann ausser der halt die zwei dreimal wo sie nicht dass das komische zwischendief gehabt ist motivation ist eben immer gesehen voll geil also egal wie viele leute kurs sind der künstler in mir ist so ich bestrafe sicher nicht die menschen wo kursen auf keinen fall weil das habe ich schon ein paar mal gesehen oh mein gott mein bester freund du weisst während ich wir sind mal an einem konzert von einer band wo wir damals richtig geil gefunden haben und es hat irgendwie so am jkf gesehen irgendeine scheisse und irgendwie theaterplatz und es hat wenig glüht und der sanger hätte so angeschissen und hätte die lüte gesagt und du denkst aber die lüte stehen doch du sie sind nicht das problem in dem fall bist du jetzt geht gerade das problem ich habe das gefühl ich habe das gefühl ich habe fast besser vor wenig lüte wie du eben umso mehr viel support gesehen und er hat mir dann irgendwann mal gesagt ich habe das gefühl ich habe das gefühlt fast besser vor wenig lüte weil du eben umso mehr das gefühl hast ich muss den jetzt einen geilen oben bereiten und so und es hat mir dann geholfen eigentlich wie offen zu skalieren ich habe dann wie gelernt wenn ich vor 15 leute gespielt habe habe ich gelernt was ich denen gibt an energie und so weiter und so fort das kann ich eben umso mehr offen skalieren das heißt ich habe es wieder erklärt hat und dann auch geholfen für die ganze corona zeit ja ich meine ich habe nicht vorher jahrelang nur zwei bis vierhunderter saal gefüllt und hat dann auf einmal müssen vor 50 und vor 30 und vor 12 lüte spielen sondern ich habe das noch ein paar jahre vorher habe ich das sehr oft gehabt so für das hilft es denn aber ja es macht für die performance von der motivation her macht es dann in dem moment kein unterschied im gegenteil sind ich mag man ist das reise ist mit der zeit so ein bisschen bis wurde dann erst gefühlt ist gefühlt schaffen aber effektiv dann auf der bühne immer ferien immer aber es ist immer die leidenschaft ja wo die wo die ist denn trotzdem machen los und kannst nur kannst nur den machen darum machen es die leute sonst einfach nicht allzu lang darum hören sie irgendwann auf den sich umorientieren oder was weiß ich wie sie einfach nicht du es geht gar nicht anders du kannst wenn du wenn du irgendwann mal ans aufhören denkst du wirst auch aufhören alle werden immer nur bekannt werden das ist so für das ist kommen die definitiv ein mit der ort kann jetzt gerne noch mal allen sagen wo man ja würde ich nicht empfehlen haben wir lang geredet vor allem ich ja so wie du hast du noch bis zu etwas loswerden zu mir immer noch nicht darüber geredet ich denke irgendwann erzählst du mir die geschichte wenn ich so betrunken im auto gewesen wäre wenn wir die aufhalten für ein anderes mal dann darf ich noch mal kommen du darfst jederzeit kommen jederzeit kommen ja ist aber nett danke machen wir machen wir einen langen teaser ein langer teaser ein langer teaser das nächste mal wenn du kommst das nächste mal wenn du kommst du solltest machte notiz auch mental und erzählte basquale die legendäre geschichte vom show im feldschlössle wie nachtsbier und heimfahrt es sind viel schön gesehen ja aber wir haben doch noch doch an ich habe mit dem lotto ort wird das geheissen habe ich das noch kriegt und runke warm oh mein gott jetzt kommt es wieder eben das ist die reaktion wo das nächste mal werden sie bleiben sie da oh mein gott shit das habe ich vergessen also ich habe viel vergessen wir müssen dann noch erzählen ja 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 das darf man sich sagen das ist sicher kein problem für ihn oder wer ihn an einem gewissen punkt denn aha ja ja das ist alles teil von der geschichte gut das steini das steini stand-up-geschichte das ist ein riesen bit das ist ja ja das ist einfach anfang beschluss also wenn kommst du wieder was soll ich kommen morgen im frühling so wenn wir beide hauschnuppern apropos oh mein gott nein das kann nicht sein nein nein aber ich bilde es mir schon ein kennst du das ja du bist mega frie du bist wirklich kennst du das machst du am morgen auf und denkst du oh shit ich hasse schon dann schau raus und denkst du es ist es hat noch nicht mal den ansatz alles ist tot du bist wirklich durch den mensch und ich kenne unter studie ist auch sehr freie ja wo wirklich ich habe ja höchst und das ist also horror aber ihr zwei oder du vor allem also wirklich so am die januar das ist so im letzten solo stand auf gerade in voller länge auf youtube zu sehen sage ich muss mir das so sagen ich glaube schon okay gut für mir vor so was sag ich ich weiss auch nicht wie ich es gesagt habe ich habe es immer anders gesagt aber irgendwie so vor gar nicht anfang februar bis mitte januar also ich habe immer so das gefühl ich also zwei drei wochen wo ich gerade keine hauschnuppen habe ja das stimmt das ist also friele kunst wieder friele komm ich wieder und das ist das erste was wir dann behandeln versprochen aufgeschrieben super wald klasse an der stelle vielen dank bist du auch seh danke viel viel mal sorry habe ich am schluss so viel gelabert sorry dass ich ihnen die talkmaster figur wieder reine kenne aber du kannst das und du machst du ja aber ich ja ja aber weisst du es ist so wie ich finde es denn bis unhöflich weisst du mein nein ich finde es immer bis unhöflich dass ich dann so viel über mehr rede und dann denke ich so viel podcast mit wem okay ja aber es ist ja du hast ja auch viel spannendes zu erzählen ja ja es ist so wie da kommt dann halt das imposter syndrom wo man dann nach hat so danach denkt man auf einmal so shit wieso habe ich jetzt wieder so viel gelabert nein also ich finde ich bin immer sehr sehr gerne da ich bin auch immer sehr gerne da und ich freue mich immer wenn du da bist und freue mich alles liebe viel erfolg danke viel mal danke christoph und bis bald a piece